Ich wünsche mir, dass du da sein kannst, aber nicht musst. Du meinst, ich soll losziehen und dich hier alleine ziehen? Zieh los und vergiss mein Lieblingsdienst. Ja, du hast was dran flüchtig. Ja, wohin flüchtest du als nächstes Gehäuse? Zu einem anderen kleinen Kanäten. Und der Mensch, der dort lebte, fand ich minder sonderbar. Wenn ich dann vorgegeben sei, dann schreibe ich die Zahl auf ein Stück Papier und verschließe sie in einem Bangebot. Ich glaube, es hat keinen Zweck, sie zu fragen. Nein, 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 frag weiter. Ich werde dir ein Geheimnis nennen. Was für ein Geheimnis? Es lautet, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wie meinst du das? Du allein wirst Sterne haben, die lachen, weil du weißt, dass ich auf einem von ihnen lachen werde. Und wenn du dich beruhigt hast, weil jeder beruhigt sich irgendwann, dann wirst du froh sein, dass du meine Begegnung gemacht hast und dass du mich zum Freund hast. Ich werde nämlich immer dein Freund bleiben. Das war's für uns, wenn du auch mal diese Begegnung wirst. Ich will nicht in Behinderung, dass du mich zum weitest. Ich will nicht in Behinderung der Begegnung auf dem gesamten Daniels-J illuminations-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner. Dann geht es uns nachdem, um ein wenig zu zweit. Vielen Dank.